hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felder land und irgendwie sind noch nicht alle weg so leute fahren schon alle ja das ist traurig ich dachte im grill noch eine runde ja wir können hinten noch krillen was deshalb habe ich die nicht eingeladen ich glaube da ist dreck im kühlergrill bei allen dreien drehen sie mal drehen sie mal zurück meine grünen hat ja wenigstens ein vernünftiges kennzeichen drehen sie mal zurück leute bitte über weiß 40k dann gehe ich da wissen dürfte wo ich stehe nur noch eine palette runter hält die nicht aus moment so ihr schmeißt mal einen den grill an ich komme das so schlecht dran ich glaube ich habe noch eine flasche wo ist denn der rund um 820.000 und paar zerquetschte moment wo ist denn der chefe von mir weißt nicht aber hinten steht die tür auf man kann einfach das haus laufen ja was wollen sie herr neumann ja schon äh 31.500 ey volker hast du den grill überhaupt rausgeholt er steht doch da unter dem fenster warte mal die klotzbibbel auf äh langsam mal in die tasche ich hab doch hier ich hab doch ein fläschchen bremsen ein ich hab doch hier was fänden ich fände ihnen auch gleich was ich würde ja ich würde ja gern ein bisschen dinkel verkaufen aber ich kann ja grad so schlecht äh der preis ist momentan gerade bei 935 ich weiß deshalb ja aber ich komme halt grad so schlecht daran weißt du sie auf dem trecker da vielleicht geht es morgen schon wieder besser der diesel könnte es auch verkaufen gehen wenn sie mir einen trecker hier hinstellen ja naja ihr eine hilfe mitarbeiter könnte ja zum beispiel vorstecken also mein feuerzeug muss den bremsen ja anzünden außerdem stehen beide fahrzeuge von waruna hinten bei der unfallstelle noch äh diesel hast du einen 30.000 ich hab leider nur noch 10.000 ich warte mal grad bis die nülle her gefahren ja natürlich immer das beste stefan ja so hast du grad mal 31.000 auf der kante so kriegst du die woche wieder ne nicht ganz ne mann haut nicht hin neumann haut nicht hin ich zahl ende der woche oder mitte der woche ähm äh diese ich denke morgen kann ich wieder aufm trecker gerne doch so der ist angeheizt ja ja schön mit bremsen ernein gezündet Es sind aber mehr als 31.000. Wie viel sind es denn? Eigentlich 31.000. 500. Ja also. Schick ich dir dann. Will noch jemand Brötchen? Ist schon Fleisch fertig? Ein Würstchen würde ich nehmen im Brötchen. Kann das mir einer machen? Ich bin ja so unbeweglich gerade. Ich mach mal fertig hier. Weg auch drauf, Nikolas? Hä? Jo. Bitte sehr. Danke. Könnten Sie mir noch einen Senf drauf machen? Ja, ja. Moment. So, hier haste. Danke. Brötchen sind lecker. Ja. Das ist die Grünfelder Brötchen. Das Bier schmeckt auch. Das haben wir gut gebraut. Joa. Ist gar nicht mal so schlecht, wenn man hier sitzt und sich bedienen lässt. Haha. Könntest du dich dran gewöhnen, ne? Ähm, Volker? Schon passiert. Ja. Ich bin nochmal eben kurz weg. Ich muss den Johnny wieder zum Wald hochfahren und den Xerion hinholen. Äh, jo. Gleich. Schön, dass du da warst. Kommt wieder. Joa. Äh, bis denn. Joa. Joa. Natürlich fährt die Polizei jetzt gleich auch weg. Dann sitze mich wenigstens nicht, wenn ich fahre. Haha. Ja, auf jeden Fall schön, dass er da war. Jaja. Also, ich hab ja noch ein paar Produktionen, ne? Also, wenn ihr mal andere Sachen noch bräuchtet. Ich hätt noch Karton, Papier. Äh, was hab ich denn noch alles? Palette. Palette. Volker, wir müssten den nächsten Mal telefonieren wegen Papier. 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 Ja, hab ich vorrätig. Äh, warte mal. 10, 40. Warte mal, ich guck mal gerade ins Tablet. Das ist so praktisch. Der Rollstuhl hat ein Tablethalter. Mann. Willst du auch? Nö. Dann musst du auch mal gegen den Baum fallen, dann kriegst du auch einen. Oder umfallen. Ja. Äh, so 60.000 Papier müsste ich vorrätig. Okay. Ähm, Preis machen wir gleich wie bei Karton. Ja. Oder? Muss ich noch mal gucken. Weiß gerade nicht, wie viele Kilo die draufpacken. Ah, die brauchen wir, Ralf. Ich glaube nicht so viel mit Karton. Karton ist, glaube ich, Sonderabfüllung. Mh. Muss ich noch mal gucken. Wobei der Karton eigentlich auch viel zu billig ist. Boah, Ralf. Nee, nee, der Preis ist schon gut. Ähm, müssen wir mal was sagen. Bei der Menge, die wir immer abnehmen. Ja, ich guck mal kurz auf dem Tablet. Ja, aber Produktionskosten und so. Ah, können wir, glaube ich, sogar gleich ernten. Das sieht gut aus. Oder wahrscheinlich morgen. Ja. Heute werde ich das nicht mehr machen. Hm. Dann will noch jemand was zu essen oder zu trinken? Ne, ich würde mich jetzt verabschieden, weil ich bin diese Woche mal wieder alleine. Oh. Oh. Ja. Okay. Schönen Abend. Ebenso. Bis die Tage. Tschö. Tschö. Meld dich halt, wenn was ist. Mach ich. Tschö. Machen wir auch mal die Biege, oder? Ja. Jo. Hoffentlich geht's dir wieder schnell weiter. Gute Besserung. Jo, danke. Oh, gut. Dann rufst du mich nochmal an, dann... Ja, oder... Ja, dann machen wir den Verband dann ab. Und so. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, ich werd mal gucken morgen früh, ob ich auf den Trecker komm. Ja. Muss mal versuchen, ne? Jo, mach ich. Ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Ja. So ist. Ja, ja. Dann... Gut. Bis dann, ey. Dann sag ich auch mal tschüss, ne? Ciao. Tschö. So, Müller, jetzt bist du noch über, hä? Ja. Und was machst du? Brauchst du noch irgendwie was für die Nacht, oder? Ja. Aufräumen könnten mir noch einer helfen. Den Grill können wir stehen lassen. Nee, komm, lass alles stehen und liegen. Passt schon. Machen wir morgen. Gut, ähm... Du, was machst du jetzt? Ich hab jetzt grad mal geguckt über das Tablet. Ich müsste ganz dringend Gras mühen, sobald Obst. Und mal gucken, ob's um schon reif ist. Weil die Schafe blägen noch Gras. Haben die gar nix mehr? Nee. Mhm. Und warum muss ich auch noch hochfahren? Nein. Ich weiß nicht warum. Das letzte Woche musste ich nochmal schnell weg. Ich weiß nicht, weshalb das bei dir so nicht hinhaut. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie, weißt du, das Problem ist, du bist viel zu sehr auf der Straße unterwegs. Anstatt, also weißt du, von der Zeit her. Ja. Das ist wenig effizient, was wir da machen. Hm. Das ist halt jetzt auch bloß in der Zeit, äh, die Schafe pflegen irgendwie jetzt mehr. Wasser hab ich kaum noch da. Mhm. Das ist halt das größte Problem, das Wasser. Okay. Wenn die vielleicht noch ein, zwei Tage mit Gras, können die auch noch aushalten. gut. Also dann ist doch noch was drin. Also, ein bisschen ist noch drin, aber ich hab halt kein Gras auf Vorrat. Hm. Und wie sieht es jetzt aus, erntereif oder nicht? Kannst du mähen? Mhm. Oder erst morgen? Ja, das ist jetzt ganz klein. Das könnte man schon abmähen, aber das lass ich jetzt noch, noch einen Tag. Mhm. Dann hat sich das besser. Okay. Ja, wir müssen nämlich gucken, dass wir das, das Feld abgeerntet bekommen, sonst mach ich nämlich da miese. Hm. Der Krüger ist jetzt dran, aber... Der Krüger erntet ja jetzt. Soll ich denen irgendwie helfen beim Abtanken und alles, oder? Beim Abfahren wäre es sinnvoll, ja. Na, dann fahr ich ja jetzt nur eine Hälfte beim Abfahren. Ähm, telefonier mal mit dem Diesel, wo der denn, äh, oder, ach ne, der wollte ein Glas. Ja, genau, der fährt mit dem Glas zum Feld. Dann könntest da, ähm, abfahren dann. Ja. Ja. Oder halt, ich müsste schnell irgendwie noch meinen Traktor von oben holen. Nee, ist ja Blödsinn. Wir haben hier ja noch den Xerian. Ja. Fährst du zum Feld und, äh, fährst mit dem Xerian und dann ab, wenn der Diesel da ist. Ja. Gut, bis morgen dann erstmal. Ja. Tschö. Ciao. Ich glaube, ich schlafe heute auf dem Sofa. Mist, da komme ich nicht rein. Die Tür geht nicht weiter auf. Scheiße. Ach. Naja. Schauen wir mal ein bisschen fern. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis moin. Macht's gut. Tschüss.